Die zweite Staffel, das große Promi-Büßen, wird kommen. Jetzt stehen erste Gerüchte um die Kandidat, innen im Raum. Aktuell bin ich auf geheimer Mission. Ihr dürft natürlich nichts wissen, deshalb ist es auf Instagram gerade so ruhig. Und es wird auch in nächster Zeit ruhig sein, verkündete Reality-Star Emi Ras, 23, kürzlich auf Instagram. Aber ich sage mal so, es ist natürlich was für euch, und das Warten wird sich lohnen. Seid gespannt, ich bin ganz weit weg von zu Hause. Und Ras ist nicht der einzige TV-Star, der erstens für krawallvolllaufenden Kameras bekannt ist, und zweitens gerade verkündete, demnächst nicht so aktiv auf den Sozialen zu sein. Auch Christin Okpara, 26, meldete sich mit der gleichen Aussage bei ihren Followern auf Instagram. Jetzt gibt es erste Gerüchte, dass die beiden gerade die zweite Staffel, das große Promi-Büßen, für ProSieben drehen. Im Herbst 2022 sorgte der Sender mit dem Format für Nachschub in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Das große Promi-Büßen, Staffel 2 ist bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird, das kündigten ProSieben und Moderatorin Olivia Jones, 53, bereits im Februar dieses Jahres an. In einem Video auf Instagram erklärte Jones, dass die Sendung hohe Wellen geschlagen habe. Wir haben die Promis ja auch ordentlich Rangenommen. Und es war doch klar, dass es da jetzt eine zweite Staffel gibt. Der Start der zweiten Staffel ist noch nicht bekannt. Doch welche Promis wird die Dreck-Queen in diesem Jahr mit ihren Süden konfrontieren? Das große Promi-Büßen, die angeblichen Kandidat-Innen, im Internet kursieren jetzt die ersten Gerüchte. In das große Promi-Büßen werden die Kandidaten mit ihren Sünden konfrontiert und müssen dafür Buße tun. Alle Kandidaten, über die aktuell spekuliert wird, sind in diesem Kontext spannend. Besonders interessant, wird Yvonne Wölke, 41, mitten in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Iris Klein, 56, tatsächlich in der Sendung auftauchen? Bild will das erfahren haben. Gerade hat sie mit Peter Klein, 56, das Format, The Blog, für RTL abgedreht.